Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Hallo Burgersdorf, der Talk über Menschen und Themen in und um Burgersdorf. Und heute stimmt es besonders um Burgersdorf. Heute sitze ich nämlich in Gablitz bei einer ganz lieben, wenn ich so sagen darf, auch Freundin, Karoline Vazicek. Servus, Karoline. Hi, hallo Michael. Du bist in Gablitz, Burgersdorf und Umgebung hier besonders bekannt, weil du bist da dein ganzes Leben lang schon in dieser Umgebung hier beheimatet. Wir kennen alle deinen künstlerischen Werdegang, aber ich möchte jetzt einmal gern für alle, die das vielleicht nicht kennen, ganz kurz auf deinen Lebenslauf eingehen. Klarerweise Geburt 1974, wie ging es dann weiter? Lustigerweise gut geboren bin ich in Wien. Ich habe die ersten Jahre in Fischerment verbracht, das ist bei Schwächert, bis mein Brüderchen unterwegs war. Das war dann fünf Jahre später. Und das war dann eben auch der Moment, wo meine Eltern nach etwas Grünerem, nach etwas bisschen Größerem gesucht haben und hier in Gablitz gelandet sind. Also ich bin quasi mit sechs Jahren dann hier im Nebenhaus eigentlich von diesem aufgewachsen und bin weiterhin in Wien, aber in die Schule dann gegangen und zu den Dominikanerinnen ins Gymnasium. Und ja, beruflich oder sängerisch war anfangs alles ein geliebtes Hobby, muss ich sagen. Also gesungen habe ich immer schon und da war auch damals Gablitz ganz toll. Das war der Ronny Gizzi, war hier damals so ein Kulturschaffender und der hat beschlossen, die Gablitzer durch Kultur zusammenzubringen. Und jedes Jahr gab es dann in der Gablitzer Festhalle, gab es dann sowas wie eine Gablitzer Show. Ja, das war eben eine Institution, die auch mir damals, ich habe tatsächlich begonnen als Vorhangzieherin. Wirklich? Ja. Und ich kann mich noch erinnern, da war damals eine Szene, wo ganz wichtig war, dass irgendwie Kübel mit Wasser auf die Bühne gebracht wurden. Und ich musste aber das Go geben, den Vorhang zu öffnen. Und ich habe es zu früh gegeben, die Kübel mit Wasser waren noch nicht da. Und ich weiß, ich kann mich deshalb so erinnern, weil es war mir so unangenehm. Du hast sozusagen deine künstlerische Karriere mit einem Patzer begonnen. Ja, kann man auch so sagen. Aber ein paar Jahre später war es genau diese Show, die hieß damals Märchen, wo ich mit zwölf bereits solistisch gesungen habe, sehr nervös war. Ich kann mich noch an Aufnahmen erinnern, wo ich dann immer eine meiner Hände begonnen hat, ganz hektisch zu fuchteln. Ja. Und mein Papa hat damals dirigiert. Viele Gablitzer waren im Orchester. Ja. Wir hatten sogar sowas wie ein Orchester. Ja, ich weiß noch, wie ich damals aber alle um mich herum so bewundert habe und beobachtet habe. Und viele von den Tänzerinnen haben mich dann eigentlich auch inspiriert, dass ich selber sehr viel geturnt habe, getanzt habe und so weiter. Diese Gruppierung, das hat sich jetzt leider über die Jahre dann aufgelöst, oder? Naja, es war dann so, dass auch einer dieser Gablitzer-Shows war ja dann noch das Musical Joseph. Da haben sich dann schon meine Eltern ein bisschen mehr eingebracht. Und da habe ich ja damals auch schon quasi Erzählerin, die eine der Erzählerinnen gemacht. Damals unter anderem mit Ingrid Thurnherr haben wir uns den Part geteilt. Das war überhaupt spannend damals, die Produktion. Da waren ja dann auch Künstler wie Thomas Forstner, wo ich mich auch erinnere. Der war damals auch ganz jung. Der hat ja später so einen Kontest ja gesungen. Oliver Bayer zum Beispiel war damals auch dabei. Genau. Und das war aber, glaube ich, eines dieser letzten stattfindenden Art-Gablitzer-Shows. Aber ich finde das wahnsinnig interessant, dass hier bei diesen Gemeinden, eben Gablitz, Burgersdorf und so und so, dass hier so viel künstlerische Schaffenskraft ist in diesem Raum. Ja, aber ich muss auch sagen, Gablitz ist ja bis heute, ich merke mittlerweile, leben ja hier ganz viele meiner Kollegen. Weil ich glaube, gerade Burgersdorf-Gablitz ist noch in einem Abstand zu Wien, der gut machbar ist, wo man nicht ewig im Auto sitzt. Aber dieses Grüne, dieses irgendwie viel Luft, viel doch ein Flair, der, glaube ich, sehr für Kreativität einfach sehr gut ist. Und mein neuestes Hobby ist zum Beispiel, wirklich am Abend spazieren zu gehen. Ich trete dann eine große Runde bei uns zur Kirche, mache diese große Runde dann weiter und ich merke, wie gut mir das tut. Gablitz kriegt dann so eine, irgendwie auch so eine, einerseits Ruhe, aber ich liebe dann noch ein bisschen so Mäuschen spielen und freue mich, da ist noch jemand wach, ah, die schlafen schon, ah, da ist eine Katze unterwegs. Also es hat so etwas, ja, ganz, ganz, ganz eigenen Flair und das mache ich so oft, dass es eigentlich geht. Du hast ja dann eine Ausbildung in Tanz, Schauspiele und Musical begonnen. Mit zehn Jahren standest du das erste Mal auf der Bühne und mit zwölf Jahren hattest du das erste Mal eine Hauptrolle. Genau, also das ist das, was ich ein bisschen angesprochen habe. Also auch mit zehn war es das erste Mal hier in Gablitz, eine Angel Lloyd Webber-Show, wo ich zum ersten Mal das Lied Uncoupled aus dem Musical Starlight Express gesungen habe und mit zwölf war es eben diese besagte Gablitzer Show, wo ich bereits, also Hauptrolle, wo ich eine Rolle eben gespielt habe, gesungen habe, ein bisschen gespielt habe und aber zum ersten Mal dieses Solistische, dieses… Wie bist denn du eigentlich zu dem künstlerischen Weg gekommen? Gut, das geht zurück zu meinen Eltern natürlich. Meine Eltern sind ja 68, von Prag nach Österreich gekommen und hatten aber davor in Prag eine eigene kleine Band. Die nannten sich Sputnice und haben damals schon im Kommunismus wirklich so zeitkritische Sachen gemacht. Aber es war im Grunde eine Rock'n'Roll Band. Mein Vater war der Liedsänger, war Gitarrist und Pianist. Meine Mama war damals im Chor mit ihrer Schwester. Gut, es war natürlich auch der Kommunismus, der dann Grund war, warum meine Eltern noch gehen mussten. Sie waren erstens wirklich sehr zeitkritisch unterwegs. Also es gibt ganz lustige Geschichten, wo sie halt ihre Show hatten mit den natürlich Songs, die dazugehört haben, die das Publikum zum Teil gekannt hat. Und wenn es aber so weit war und irgendwelche Kommunisten der Meinung waren, das müssen wir überprüfen, haben die halt quasi die Texte gecheckt. Und wenn denen irgendwas nicht gepasst hat, wurde es zensuriert. Nur, gut, meine Eltern haben bis jetzt großen Humor. Also das hat dann so ausgeschaut, dass halt dann einfach kurz mal nur La 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 gesungen wurde. Und das Publikum natürlich dann herzhaft gelacht hat. Weil die wussten, dass dort jetzt ein Zugang stattfand. Genau, aber diese kommunistischen Zustände, die waren wirklich unter der Bühne und haben mitgelesen. Also ich meine, jetzt klingt es lustig, aber das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Das heißt aber, meine Eltern waren immer musikalisch. Was es dann kurzfristig auch für mich gar nicht so leicht gemacht hat, diesen Weg zu gehen, weil sie natürlich auch für mich wollten, dass es diesen Ausgleichsmoment gibt. Und das heißt, solange es ein Hobby war, wie gesagt, es gab ja dann auch den Dance Express in Gablitz. Das war eine Tanzgruppe, die war so parallel zu den Gablitzer Shows, wo dann mehr getanzt wurde, wo mehr Musical gemacht wurde, unter anderem dann präsentiert bei den Gablitzer Bellen, an die ich mich auch sehr gerne zurückerinnere. Ja, und dann, weil ich so viel gesungen habe damals, habe ich mit 14 beschlossen, zu meiner Gesangslehrerin, die mich sogar jetzt noch begleitet. Ja, sie ist mittlerweile über 70. Die hast du heute noch beschlossen. Ja, die ist jetzt eigentlich meine große Mentorin geworden, auch für mein jetziges Haupttum. Sie heißt Andrea Mellis. Ja, und Andrea Mellis war damals eine Lehrerin, die uns empfohlen wurde für junge Stimmen. Ich war damals 14, hat unterrichtet am Studiotheater in der Wien, an der Schule, die Peter Weg für Cats ins Leben gerufen hat. Ja, und dort bin ich einmal in der Woche hin. Auch da werde ich nie vergessen, meine Idole waren damals so, Olivia Newton-John, die habe ich geliebt, da habe ich alle Lieder mitgesungen. Und dann bin ich bei Andrea Mellis das erste Mal vorsingen gegangen und sage noch so, ja, aber ich will nicht irgendwie so operatig singen. Ich will singen wie Olivia Newton-John. Und sie hat für mich den prägenden Satz gebracht, du wirst nicht singen wie irgendwer, du wirst singen wie du selber. Und ich weiß, ich war damals ein bisschen unsicher. Ich wusste überhaupt auch nicht, was sie meint. Und das war irgendwie für mich schon spannend, überhaupt mal zu überlegen, okay, wie singe ich denn oder wie will ich eigentlich singen? Ganz kurz noch zu deiner Familiengeschichte. Du hast auch noch einen Bruder. Ja, das Entzückende an meinem Bruder ist, dass der immer in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Aber für mich war er immer auch mein Ruhepul. Er war immer der, der da war, der mit großem Herzen da war, immer ein Ohr für mich hatte bis heute. Und was weiß ich, wenn meine Gedanken sich auch früher schon überschlagen haben oder mein Tun sich überschlagen hat, war er immer der, der dann irgendwo eher gesessen ist, irgendwas gelesen hat. Er war der, der Schach gespielt hat, der Golf gespielt hat, während ich Reiten gegangen und Surfen gegangen bin. Und das hat mir, muss ich sagen, sehr gut getan. Er hat ja natürlich auch Halt in der Familie gegeben. Genau, wobei Halt hatte ich auch bei meinen Eltern. Also dieses gut Aufgehobene, dieses, gut, mein Vater hat auch immer den Spruch gehabt, keep your children busy, dann kommen sie nicht auf blöde Gedanken. Das heißt, es wurde sehr viel Wert gelegt, wenn Interessen da waren, egal in welcher Richtung die zu fördern, die zu unterstützen. Und ich muss auch sagen, das Wissen, dass eigentlich meine Eltern mich lieber in einem anderen Beruf gesehen hätten, im Wunsch, dass die Musik eben ein Ausgleich bleibt, das war schon sehr spannend, weil ich dadurch nie einen Druck hatte. Also ich bin da irgendwie so reingerutscht, auch da natürlich über meine Lehrerin, über dieses Studiotheater in der Wien, wo ich die Möglichkeit hatte, nach der Matura eine Aufnahmsprüfung zu wagen. Bei der waren damals 4000 Studierende oder Studierenwollende angemeldet und man wusste schon, es werden höchstens vier genommen. Wahnsinn. Das heißt, ich habe meine Matura gemacht damals und habe mir gedacht, okay, und habe mich auf diese Aufnahmsprüfung vorbereitet, aber sehr spielerisch, also wirklich mit dem Gefühl von, ich probiere es, entweder es wird was, dann soll es wohl so sein oder nicht. Das heißt auch, das wäre auch eine Frage von mir, in dieser Szene kann man sehr wohl seinen Weg dort beginnen, auch ohne, dass man jetzt jemanden kennt. Ich meine, ich muss schon sagen, es war natürlich damals ein bisschen eine andere Zeit. Das Musical war ganz neu. Musical-Schulen gab es damals genau zwei, das Studiotheater in der Wien und das Wiener Konz, was jetzt, glaube ich, Muck heißt. Also es war schon irgendwie sowas in der Luft, dass man gemerkt hat, da entsteht gerade etwas. Und weil halt gerade Bequets, das ist doch eher so, ich würde sagen, von Londoner Richtung rübergeschwappt ist, eher vielleicht von amerikanischer Richtung rübergeschwappt ist, war noch deutschsprachige Darsteller noch selten. Die Ausbildung war großartig, also ich habe da noch wirklich diese Aufnahmsprüfung geschafft. Damals war klar, für zwei Jahre. Der Klausnitzer hat dann eigentlich beschlossen, der hat die Schule übernommen, nach Peterbeck. Die Schule wurde dann geschlossen, nach zwei Jahren. Aber ich hatte noch die Möglichkeit, eben diese Zeit zu machen und auch mit Abschluss quasi fertig zu werden. Und was ich toll finde, und das würde ich auch jetzt jedem raten, man kriegt dort eine irrsinnige Essensdisziplin natürlich, aber man wird auch so fit, weil man macht nichts anderes als täglich zu singen, täglich zu tanzen. Also man kriegt eine wunderbare Kondition. Ja, und es war aber eine Zeit, wo eben noch gar nicht so viele Leute, die eine Musical-Ausbildung hinter sich hatten, unterwegs waren. Es ist halt jetzt ganz anders. Es gibt irrsinnig viele Musical-Spielen. Es gibt sehr viele Darsteller, sicher dabei bessere, schlechtere. Also von allem einfach sehr viel. Selbst nach der Ausbildung hatte ich immer noch im Kopf, dass ich eigentlich gerne, ich wollte immer gerne Medizin studieren. Immer schon. Ja, meine Mama war ja auch im Spital tätig und das Spitalsleben hat mir damals sehr gefallen. Also das hatte ich immer im Hinterkopf. Also hättest du eine medizinische Karriere sozusagen gemacht, wenn du nicht zum Musical, zum Schauspiel und zum Tanz gekommen wärst, wahrscheinlich? Total, total gern. Und es war sogar dann ein Zeitpunkt, das war direkt vor Beauty and the Beast, was natürlich für mich schon irgendwie das durchbrechende Stück war, wo ich dann gesagt habe, okay, das soll wohl mein Leben sein und mein Leben erstmal werden. Selbst da hatte ich schon inskribiert, davor und habe dann aber vom Theater, bei dem ich in der Zeit Grease gespielt habe, allerdings Zweitbesetzung damals von der Sandy, sehe ich noch den an, also ich höre mich noch reden. Ja, die Audition für Beauty and the Beast, ja, das ist nett, dass ihr mich einlädt. Aber ich habe kein inskribiert, also ich weiß gerade nicht, aber dementsprechend locker bin ich dort natürlich auch hingegangen und das habe ich aber dann bekommen und das war halt dann schon, das war schon was ganz Großes. Ja, da sind wir natürlich auch bei deinen wirklich großen Musical-Rollen, also du hast gespielt in Elisabeth, in Grease, Die Schöne und das Biest, Mozart, Dracula. Ja, bei Filmen kennen wir dich auch aus der Bokkara 2, Ariel, die Meerjungfrau, Mulan, Medikopter 1, 1, 7 und der Bokkara 4 auch nochmal. Sogar Bokkara 3 und 4, allerdings immer in dieser Rolle, die quasi in Bokkara 2 etabliert war und etabliert wurde. Wo hast du dich hier mehr beheimatet gefühlt, aus heutiger Sicht? Gut, Bokkara 2, da kann ich mich noch sehr schön erinnern, als Franz Antl, der Regisseur, mich in der Pause von Beauty and the Beast angerufen hat, also Die Schöne und das Biest, und mich eingeladen hat, zu einer Art Casting zu kommen am nächsten Tag. Meine Schauspielerin aus der Musicalschule, Ida Grottendorf, die hat mich damals empfohlen und ich weiß nicht, ich sehe mich noch so zittern am Gang, weil ich mir dachte, oh Gott, ich meine, ja, aber, also da hat mir ja komplette Erfahrung gefehlt, denn ich wusste halt immer, wenn ich singe, dann, ja, dann passt das wohl irgendwie, aber so reines Schauspiel, also das war schon nochmal was ganz Neues. Eine neue Kiste, ne? Genau, und ich sehe mich noch die ganze Nacht über alte Texte rauskramen aus der Ausbildungszeit, weil ich mir gedacht habe, naja, was wird der wollen, der wird vielleicht wollen, dass ich irgendein Stück spreche und etwas ihm vorspiele. Naja, gar nichts, ja, ganz süß, mein Papa war auch dabei wieder an meiner Seite. Wir sind hingefahren in den 19. Bezirk, wo Franz Antl gewohnt hat. Ja, ich sehe mich noch in das Wohnzimmer kommen, am Weg dorthin haben wir Ida Grottendorf im Kaffeehaus nur sitzen gesehen mit einer Freundin, die hat mir da noch so ein bisschen so zugeprostet, so toll, toll, toll. Ich bin dahin natürlich nervös bis zum Umfallen. Franz Antl kam nur kurz ins Zimmer, Sibylle Antl, so eine Frau, war dabei, dann sind sie weggegangen, kamen bereits mit dem Buch zurück. Ja, da hast du die Rolle. Da hast du die Rolle. Also ich weiß, ich wusste damals, ich spiele eine russische Dolmetscherin. Das heißt, mir war klar, mein Deutsch muss mit russischem Akzent sein. Ich habe mir damals bei Beauty and the Beast, einer von den kleinen Kids, der Tassilo gespielt hat, der hatte ehemals ukrainische, also auch emigrierte Eltern, wo mir der Vater den ganzen Text aufgesprochen hat und ich es dann wirklich nach ihm gelernt habe und wirklich versucht habe, damals das russische, was viel weiter hinten sitzt und Spassiba und wirklich dieses Hinten irgendwie zu lernen. Dadurch, dass ich auch Tschechisch sprechen kann, habe ich mir immer leicht getan mit dem rollenden R und diese Sachen sind mir leicht gefallen. Eine große Herausforderung war, zu weinen auf Klopfdruck. Und ich sehe noch dieses Bild von mir. Ich komme dort zu meiner Stelle, wo ich eben als Elena Koschelewa eben Dolmetscherin war. Der eine Assistent dort drückt mir einen Brief in die Hand. Ich nehme den Brief, gehe zu meinem Spind, wo ich meine Tasche drin habe und so weiter. Ich öffne den Brief und lese, dass mein Vater gestorben ist, also umgekommen ist. Und das war alles eine Kamerafahrt. Ich sehe mich noch diesen Brief öffnen und nach meinem Wunsch Tränen vergissen und dann war noch der Gang in so eine große Treppe hinunter und dann sieht man mich weglaufen. Alles in einer Fahrt. Und es kommt Tag X, ich bin natürlich nervös wieder einmal bis zum Umfallen und schaffe es natürlich nicht, dass die Tränen genau dort, wo ich möchte, einsetzen. Im Endeffekt muss ich dann sagen, die Szene, wie gesagt, ich öffne den Brief, ich fange zu atmen an in der Hoffnung, dass die Tränen, wie ich es geübt habe, auch einschießen. Gut, es gelingt mir nicht, der Atem bleibt. Ich renne die Treppe runter und ich weiß noch, wie unglücklich ich an dem Abend war. Ich habe mir gedacht, oh Mann, ich habe sicher wieder Mist gebaut. All diese Erlebnisse, die du hattest, gibt es irgendetwas, was du jungen Menschen auf den Wegen mitgeben würdest? Also ich würde jetzt eher weitergeben, dass man offen sein soll, dass man sich nicht auf eine Sache versteifen soll, sondern offen bleiben soll und sich erstens einmal auf mehreren Ebenen vielleicht kennenlernen soll und wirklich spürt, wo bin ich zu Hause. Und ich finde, gerade jetzt ist es so wichtig, seinem Herzen treu zu bleiben und das zu machen, was man wirklich, wirklich gerne macht. Wo man merkt, es macht dich glücklich und es zaubert ein Lächeln. Da kommen wir eh auch zu einem Punkt. Du bist ja Mutter zweier Kinder, du hast eine Tochter und einen Sohn. Hast du hier auch eine wichtige Bestimmung für dein Leben gefunden? Was sind hier die wichtigsten Punkte für dich, wo du sagst, wie leite ich meine Kinder? Was gebe ich meinen Kindern mit ins Leben? Also auch da würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, denn tatsächlich war das der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wahrscheinlich soll mein Berufsweg erst einmal in diese Musical-Richtung gehen. Ich wusste immer schon, ich will Kinder haben, am liebsten zwei. Und es war damals tatsächlich die Sorge, ja, was mache ich, wenn ein Musical dann irgendwo im Ausland ist? Ich wollte auf keinen Fall, dass meine Kinder das dann irgendwie ausbaden müssen. Wie gesagt, meine Kinder kamen dann mit 31. Die Jahre bis dahin haben wirklich bewirkt, dass ich mir eigentlich fast alle Musical-Rollen erfüllt habe, die ich damals spielen wollte und war wirklich bereit, für das Mutter-Dasein. Ich hatte damals noch das Glück, dass ich auch an der Josefstadt mehrere Engagements bekommen habe, was natürlich toll war. Das war dann in Wien. Es war nicht mehr jeden Abend. Also auch da, muss ich gestehen, kam der Moment, wo ich irgendwann ans Universum den Wunsch geäußert habe, jetzt wäre es langsam gut, irgendwas zu finden, wo auch Platz ist für Kinder. Das Universum hat mir dann eben dieses Engagement. Und mehrere Stadttheaterproduktionen geschickt, die auch entzückend waren. Also ich war noch ein bisschen in dieser Welt, hatte aber viel Raum dann für meine Tochter, für die Mavi, habe die Zeit irrsinnig genossen. Also auch die erste Zeit, wo ich sie noch bei mir hatte. Und mit drei gehen ja Kinder in den Kindergarten. Ab da wollte ich, dass Ruhe einkehren, dass Beständigkeit einkehren. Ja, und das hat mir eigentlich den Weg geebnet für das, was mich jetzt einfach so glücklich macht, das Unterrichten. Genau, auf das wollte ich ja zu sprechen kommen. Du hast ja dann deine Bühnenkarriere ruhiger gestellt. Die Familie rückt und die Kinder rücken immer mehr an den Fokus in deinem Leben. Du magst Gesangsunterricht. Du coacht unheimlich viele Profis, genauso wie Amateure. Aber da würde es mich interessieren, wie bist du zu diesem Weg dann gekommen? Eben, es war sicher der Wunsch, in erster Linie etwas mal zu finden, was mich ein bisschen rausnimmt aus diesem Stress, weiter vorzusingen oder weiter vielleicht irgendwelche Produktionen im Ausland annehmen zu müssen, weil das mein einziger Weg ist oder meine einzige Möglichkeit, auch dann natürlich Geld zu verdienen. Ich bin damals, weil ich schon gemerkt habe, dieses Unterrichtenwollende oder vielleicht war es sogar ein bisschen dieses Medizinische in mir, dieses Interesse, wie funktionieren die Stimmbänder eigentlich, was kann man da tun, was kann man da besser machen, also diese Neugierde hat mich, muss ich sagen, ganz am Anfang da begleitet. Ich habe am Anfang auch mit einer Logopädin zusammengearbeitet, die mir erste Schüler geschickt hat, auch mit großem Vertrauen, weil sie selber erkannt hat, dass anscheinend irgendwo in mir immer das Interesse schon war. Naja, und das heißt, ich habe mich am Anfang, habe ich da ein bisschen reingeschnuppert und parallel noch Produktionen gespielt. Und dann mit dem Kindergarten wurde es tatsächlich immer mehr. Dann eben zum Teil Kollegen, damals waren es eher noch Erwachsene. Es hat sich dann ein bisschen verschoben Richtung Kinder. Es wurden dann auch eine Weile immer mehr Kinder. Das ist ja auch ein Punkt, du hast ja sehr viele Projekte eben mit Kindern gemacht und machst sie auch heute noch. Das war halt dann auch, wo ich mir dann gedacht habe, jetzt hatte ich dann plötzlich recht viele Kinder und die Arbeit mit Kindern ist ja entzückend, weil Kindern kannst du nichts vormachen. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt brauche ich aber ein Ziel für diese Kinder. Und dann habe ich eben die Märchen ausgegraben. Damals das erste Stück war Schneewittchen, wo ich gemerkt habe, ich hätte eigentlich Lust, das für die Kleinen zu machen, unter dem Motto Kinder für Kinder. Ich habe dann noch ein paar Lieder reingeschrieben und habe dann wie ein kleines Musical in einer Tau von 50 Minuten mit diesen kleinen Mäusen das auf die Bühne gebracht, habe Kollegen gebeten, in die Rollen zu schlüpfen, also Schneewittchen, Prinz, Stiefmutter, das waren zum Teil liebe Kolleginnen von mir. Und so kam es zum ersten Stück, Schneewittchen, dann zum nächsten, Der Wolf und die sieben Geißlein. Und das, was jetzt in den Startlöchern wartet, ist Donröschen. Das heißt, das ist jetzt dein nächstes Projekt mit den Kindern? Genau. Ich habe da sehr viele Lieder diesmal komponiert, sehr poppig das gehalten, weil ich auch merke, auch die kleinen Kinder lieben poppige Songs, viele Chöre geschrieben. Ja, freue mich schon sehr. Also ich hoffe, dass nächstes Frühjahr, Donröschen muss im Frühjahr, finde ich, gespielt werden. Ich hoffe, dass wir da Premiere haben können. Da wartet also eine tolle Produktion auf uns. Ja, auf jeden Fall. Apropos tolle Produktion. Mich würde natürlich auch interessieren, was bedeutet der Lebensraum Gablitz für dich? Du lebst seit deinem fünften Lebensjahr hier, hast hier auch viele schöne Momente, auch künstlerische schöne Momente erlebt. Du bist ja hier auch im Theater im 82er Haus aufgetreten, was ein unheimlich toller kultureller Hotspot in Gablitz auch ist. Was bedeutet Gablitz für dich so vom Gefühl her? Ich merke jetzt wirklich ganz viele Parallelen zu meiner Kindheit. Das eigentlich, vielleicht, weil ich auch eben hier aufgewachsen bin und jetzt hier lebe mit meinen Kindern, sind natürlich gewisse Parallelen da. Und ich merke auch, dass eigentlich die Kinder zu fördern mir anscheinend genauso wichtig ist, wie es damals meinen Eltern war oder auch damals es Gablitz war. Ich muss auch sagen, dass Gablitz mich immer unterstützt hat bei all meinen Projekten. Ich habe alle meine Kinder-CDs erst einmal in der Gablitzer-Festhalle präsentiert, hatte wirklich eine volle Halle, weil die Gablitzer mit ihren Kindern herbeigeströmt sind. Also ich muss sagen, ich habe mich hier immer wohl gefühlt. Ich habe mich hier immer zu Hause gefühlt. Es war ganz leicht, hier immer Wurzeln zu schlagen. Und es ist umso schöner, sie meinen Kindern weiterzugeben. Beide meiner Kinder, Mavi und Ben, gehen in Burgersdorf in die Schule. Beide meiner Kinder gehen an die Musikschule in Burgersdorf, die Mavi lernt dort bei der Angelika Bichler-Ordner ist im Klavierunterricht. Eine wunderbare Symbiose zwischen den beiden. Also die ergänzen sich. Mavi spielt sicher jetzt schon innerhalb meiner Familie am besten Klavier. Das ist unglaublich. Ben, er lernt Bass. Beim Volker Wadau, auch an der Burgersdorf-Musikschule. Ja, auch diese Seele in dieser Schule, wie dort die Lehrer miteinander tun. Clemens Schaller ist ja auch an der Musikschule, der jetzt übrigens die Mavi engagiert hat für einen schönen Auftritt, den es jetzt bald in Burgersdorf geben wird. Der Edi Külldorfer, der wiederum die Mavi dazu angespornt hat, weiter zu komponieren. Mavi ist wirklich so schon eine kleine Singesongwriterin und hat beim Bundeswettbewerb Jazz-Rock-Pop auch in ihrer Altersgruppe heuer den ersten Platz gemacht, präsentiert auch wieder in Burgersdorf heuer ihre Sachen. Also es fließt und alles, was hier passiert, kann nur mit großem Herzen bejaht werden und gelebt werden. Und es ist nie etwas, wo ich das Gefühl habe, da fehlt etwas. Das müsste man sich jetzt woanders holen. Und das ist toll. Eine Frage, die ich all meinen Interviewpartnern stelle, weil sie mich wirklich brennend interessiert. Wenn du die Karoline Wasitschek beschreiben müsstest, den Menschen, nicht die Tätigkeiten, die sie tut, sondern den Menschen, wie würdest du die Karoline beschreiben? Ah, das ist gar nicht so leicht. Ich bin nämlich gerade in einer sehr selbstkritischen Phase meines Lebens. Vielleicht ist das so, ich gehe jetzt doch auf die 50 langsam zu, mein Gott. Und es ist tatsächlich vieles, was ich jetzt gerade hinterfrage, wo ich gerne, vielleicht in vielen Sachen gerne ruhiger wäre. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann hundertprozentig. Und dann mit aller Energie, die dazugehört. Das ist, glaube ich, einerseits gut. Und andererseits macht es einen dann manchmal auch nicht unbedingt verbissen, wo ich merke, dass viele Menschen so in ihrer Meinung oft so starr schon sind oder schon eben so verbissen sind. Und ich habe mir fix vorgenommen, da irgendwie lockerer und offener und flexibler und entspannter, entspannter, das Wort habe ich jetzt so ein bisschen gesucht, zu werden. Das heißt, ich habe dich mit meiner Frage in einem Change-Prozess. Genau, aber sehr. Also wenn du dich auch hier umschaust, vor kurzem hättest du hier nur so schöne Romane gefunden von Choyomoyes oder so. Also ich bin jetzt wirklich auf dem Trip. Ich habe jetzt viele Sachen, Johannes Huber wirst du da bei mir finden, viele Sachen, viele Bücher, die an sich neue Gedanken in mein Leben bringen, neue Zugänge. Das Thema sich im Spiegel anschauen. Ich denke mir, bei ganz vielen Sachen, die vielleicht auch kränkend sind, möchte ich trotzdem bei mir sein. Weil wenn ich mich so fühle und der Meinung bin, das gehört zu mir dazu, das ist mir wichtig, kann mir eigentlich egal sein, wie der rechts oder links von mir darüber denkt. Und wenn ich mich in den Spiegel schaue, möchte ich sagen, ja, ich bin mir treu geblieben. Und das ist irgendwie im Moment eine ganz wichtige Phase. Ja, da kommen wir auch zur letzten Frage meinerseits. Gibt es etwas, was du diesem Gebiet, diesem Ort deiner Familie in Zukunft wünschst, dass es sich in diese oder jene Richtung entwickelt? Gut, ich muss gestehen, wenn ich den Moment nehme oder Gablitz nehme, in Burkasdorf fühlt sich alles schon sehr richtig und sehr schön an und sehr friedlich an. Also ich wünsche mir für meine Kinder einfach, dass nichts passiert, was ihnen diese Möglichkeiten, die uns gegeben waren, kaputt macht. Also ich wünsche mir, dass Gablitz im Grunde genauso bleibt, wie es sich jetzt anfühlt, dass Burkasdorf so bleibt, wie es sich anfühlt. Zum Abschluss, gibt es irgendetwas, was du den Hörerinnen und Hörern von Hallo Burkasdorf noch sagen willst? Naja, Burkasdorf, ich habe die gern, um anzuknüpfen an die wunderbare Hymne. Genauso Gablitz, ich habe die gern. Ich finde auch so schön, dass gerade die beiden Ortschaften so schön zusammenhalten und sich gegenseitig inspirieren. Wie alles im Leben geht es nur im Team. Genau. Dort liegt die Stärke. Ja, liebe Carolin, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich dieses extrem nette Interview mit dir führen durfte. Vielen Dank. Ich wünsche dir und deiner Familie natürlich alles, alles Gute. Dankeschön. Ja, und euch, lieben Hörerinnen und Hörern von Hallo Burkasdorf, kann ich nur sagen, die Bilder und so weiter gibt es im Internet auf hallo-burkasdorf.blog. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr bei der heutigen Episode mit Karoline Wasitschek mit dabei wart. Hoffe, ihr tut das auch beim nächsten Mal und sage Tschau, bis bald. Baba. Dies war eine weitere Episode des Podcasts Hallo Burkasdorf. Den Blog zum Podcast erreicht ihr unter hallo-purkasdorf.blog Produktion und inhaltliche Verantwortung Michael Köck Kontakt per E-Mail unter feedback at hallo-purkasdorf.blog